Hallo zusammen, ich bin Sina und das ist Noelle und wir stellen euch heute unseren Beruf. Wir sind beide Bekleidungsgestalterinnen im ersten Lehrjahr und wir nehmen euch mit. Viele denken, dass unser Beruf noch näher ist, aber wir können viel mehr. Zu unserem Beruf gehört auch der Kontakt mit Kunden und das Telefonabnehmen. Ich bin übrigens 22. Was mir am besten an meinem Beruf gefällt, ist, dass ich ein Produkt von A bis Z machen kann und damit ich mir Freude mache. So, jetzt haben wir ein mögliches Beruf. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wer weiss, vielleicht bewerben wir euch auch mal für den Beruf.